Der Kampf der Fundamentalanalysten gegen technische Analysten ist oftmals ein beliebtes Thema. Wie stehst du dazu? Ich halte von diesem Kampf gar nichts. Ich sage immer, man sollte das Beste aus beiden Welten zusammenfassen. Der Fundamentalanalyst ist jemand, der davon ausgeht, dass ein Unternehmen einen bestimmten Wert hat und eine Aktie an einem bestimmten Punkt über- oder unterpreist ist, also einfach zu teuer oder zu billig ist. Nun wissen wir aber alle, die Charts halten sich nicht daran, was der Fundamentalanalyst denkt. Kurzfristig betrachtet ist technische Analyse für mich immer ein Instrument, wo ich sage, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen oder wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zum Aussteigen. Das kann man über technische Analyse kurzfristig tatsächlich herausfinden, was einem der Chart nicht verrät ist. Was ist das Unternehmen tatsächlich wert? Und da greift man dann auf Fundamentalanalyse zurück. Als Investor gehe ich immer hin und sage, wenn ein Unternehmen fundamental gesund ist, dann kommt es in den Topf gute Unternehmen und diese Unternehmen kann ich dann auch noch mal charttechnisch betrachten und sagen, von diesen 10 oder 15 aus dem großen Pool, die ich da habe, welches würde ich denn heute, morgen oder nächste Woche kaufen wollen. Da kann man dann die technische Analyse durchaus zu Hilfe nehmen. Man sollte also dann auch sagen, ich kaufe kein Unternehmen, dessen Aktienkurs sich gerade im freien Fall befindet. Das sieht man wiederum sehr schön an einem Chart und da bin ich dann auch bei den technischen Analysten. Ich komme ja selber aus dieser Trader-Ecke. Ich bin selber auch ein Chart-Analyst in meinem täglichen Trader-Leben. Aber ich sage mal, fürs Investieren sind Charts dann eher zweitrangig. Es zählt nicht das Markt-Timing, was die Chart-Analyse mir bietet, sondern für den Investor zählt Time in the Market. Also wie lange bin ich im Markt drin und nicht der Versuch, den Markt zu timen.